Hallo Leute, ich mache heute mal ein kleines Unboxing-Video zum neuen Call of Duty Black Ops 2. Es ist der neunte Teil der Serie und jetzt packen wir es mal aus. Ja, hier ist es. Das Spiel habe ich heute bei GameStop bekommen, einen Tag vor dem offiziellen Release. Was mich sehr verwundert hat, aber auch zugleich sehr gefreut hat, denn ich habe mich schon seit Ewigkeiten auf dieses Spiel gefreut. Jetzt schauen wir mal rein. Ja, was ist drin? Die Bonuskarte, Nuketown 2025 und der Call of Duty Black Ops 2 Season Pass. Dann Spieleanleitung und mal wieder, was jetzt total neu ist, diese Sparhöhlen. Ja, und natürlich dann das Wichtigste, Call of Duty Black Ops 2. Ja, ich werde das jetzt mal direkt anfangen zu spielen und dann werde ich euch gleich sagen, ob das Spiel wirklich uncut ist. Denn es steht zwar drauf, 100% uncut, doch das hat ja nichts zu bedeuten. Schließlich ist die FSK in Deutschland sehr streng und zensiert selbst Spiele und Filme, die eh schon ab 18 sind. Alles klar, haut rein, tschüss!